ich bin hin und weg von den ganzen fakten und daten die man über seinen körper eben lernen kann und man hat natürlich dann auch durch die app die möglichkeit alles im blick zu behalten zu verfolgen wenn sie vielleicht eine großfamilie haben dann können sie alle mal das checken so natürlich auch natürlich zum arzt weiterhin gehen wenn sie da irgendwelche probleme haben vielleicht nur mit cholesterin etc aber das wirkt eben unterstützend und man lernt über seinen eigenen körper ist es tatsächlich viel fett und ist es ein gesundes fett oder wo ist das gefett angesiedelt ich finde gefäße ist ja wirklich a und o für uns menschen dass die blut das ist ja unsere sauerstoff auch alles muss da richtig transportiert werden und ja eben diese gesundheit dieser viszeralen gefäße also wirklich spannend 16 euro und 14 cent dafür dass sie so viele fakten über den körper kennenlernen bin ich fantastisch ganz ehrlich muss ich sagen eine normale waage kostet nicht mehr so viel als eine wo die nur körpergewicht anzeigen lassen kannst